Da ich gefragt worden bin, wie man die Scharniere in der Mitte von dem Schrank anbringt, möchte ich euch das hier nochmal kurz zeigen. Die innere Wand hat Bohrungen auf der glatten Seite und selbst da muss man die Muttern drunter legen. Die Muttern sind zu groß, die dienen wirklich nur als Abstandshalter. Hier wäre jetzt noch Zeit, mir ein Like da zu lassen. Nachdem ich jetzt gesehen habe, wie viel Metallstaub sich unter den Scharnieren gesammelt hat, würde ich die Scharniere vor dem Einbauen etwas fetten. Hier sieht man die rechte Außenwand. Und hier sieht man jetzt die Scharniere an der Innenwand. Auch gut zu sehen ist, dass beide einen Abstand zur Montageplatte haben. Also unter beiden liegen die Muttern. Wer mag, kann mir natürlich auch gleich noch ein Abo dalassen. Dann wünsche ich euch viel Erfolg und viel Spaß beim Aufbauen. Das, was tut mir der Leicht! Ich gewisse Инstille von der Leichter hear. Es geht noch. Ich schalke mit euch.